So, heute ist mein letzter Tag hier in Cannes. Es ist Mittwoch und morgen fahre ich wieder zurück. Das ist aber auch nicht so schlimm, weil jetzt am letzten Wochenende eigentlich auch nicht mehr ganz so viel passiert. Natürlich, es werden Awards vergeben, es sind die letzten großen Events, aber nebenbei, also all das Networking und so weiter, das hört dann auf. Hinter mir ist der Stand, der immer am zuverlässigsten war. Jeden Tag um 12 Uhr gibt es Cocktails und sonst natürlich auch Champagner, Champagner mit Rosengeschmack und so weiter. Also es war der zuverlässigste Stand hier. Genau, aber wir haben immerhin nochmal Sonne und von daher ist auch alles super schön hier. Es war insgesamt eine tolle Woche. Es ist sehr viel passiert, es gab sehr viele Events und man hat sehr viele Leute kennengelernt. Man konnte gute Kontakte knüpfen und von daher ist kann wirklich 1A für die Filmbranche hier zu sein, zum Networken, zum Leute kennenlernen und auch einfach mal eine Woche Urlaub zu machen. Das muss man einfach so sagen. Und...